Aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wärtet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Ein richtig guter Freistoß. Da gab es für den Keeper nichts zu halten.